Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Blooby Zockt und zwar mit dem neuen Spiel Fae Farm. Ja, das wird ein sehr schönes Spiel sein und ja, ich habe ein bisschen schon reingeguckt gehabt, aber ich muss dafür einen neuen Charakter erstellen. So, mach ich mal. Ich bin auch online hier. Man sieht es ja unten links. So, falls jemand auch spielen tut und Multiplayer testen wollen, wäre das ganz nice. So, ja, machen wir mal so. So, ja, Vorbereitung ist alles, ne? Okay, okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ich auch noch einen neuen Charakter erstellen muss. Ich glaube schon. Ja, mach ich gleich. Ja, ich muss mal schauen, wie es ist jetzt mit der, anscheinend nicht, mit dem Ton und so weiter. Ah, doch, Charakter muss ich erstellen. Ja, ich sehe es da jetzt groß geht, nicht. Ja, ich sehe es da jetzt groß geht, nicht. Hm, okay. Die Augen, das kann ich tatsächlich so lassen. Die blauen Augen, das passt so weit. Alles ist auch. Die Frisur ist eine andere, aber kann ich mich bitte ändern? Ähm, ja. Äh, so. So, ja, okay. Mach ich das so. Mit Kapitel, was? Äh, sieht aus, als wärst du schon mal hier gewesen. Deine Werkzeuge, Angrote und Tierschnetz werden auf Stufe 1 sein und du beginnst mit einem leeren Metall. Nee, dann beginnt von Anfang an natürlich, was sonst, ne? So, also, los geht's. So, eines Tages fand ich eine Flaschenpost im Sand. Ah, nut mich ein in ein fernes Land, weil Papier aber nichts draufsteht. Äh, eine Insel in Not, eine Insel wie keine andere. Mutige Menschen, sie war so freundlich geschrieben. Ich hab nur Left over können, also Master of Thrones. Äh, jetzt guck ich auch mal das unteren auf der�데... Äh, ein Toilettenherzen. Jetzt bleibt es stehen. Geil. Ähm, da räum ich auch aufck. Thoracin Jo느�ers. Mhm, da fühlte mich in das Brack in meiner Segel. Miन, ich sage doch einfach... Äh, die Seah必 próximo. Und dann sage ich es. Kapitel 1. Willkommen in Asurium. Hm. So. Ja, da sind wir. Äh, bewegen kann ich mich nicht, muss ich mich sprechen. So, hallo. Äh, was? Aufgerade. Äh, sehen wir, was die Flut angeschwimmt hat. Äh, geht es dir gut? Äh, da ist eine Fashion Post gefunden. Hm, das ist sehr wunderbar. Ich war diejenige, die sie ins Meer geworfen hat. Mhm, kaum zu glauben, dass das wirklich funktioniert hat. Ich bin Bürgermeisterin Mörut und du bist Klöschner, aber trotzdem schön, dich kennenzulernen. So, ähm. Oh, das Haus? Ja, äh, es ist noch gut zu haben. Ehrlich gesagt, bist du die einzige Person, die versucht hat, unsere Insel zu erreichen. Äh, ja, sie ist, äh, ein wunderbarer, magischer Ort voller. Werke ich ja, ein toller Freund da. Aber... Sie strudeln regelgerecht umzingelt. Äh, in den Bergen tobt ein Schneesturm. Der dort schon seit Jahren seinen Umständen treibt. Außerdem haben wir einen aktiven Vulkan, der ausgepräsen zu drohen. Ja. Und dann ist da noch, äh, die Sache mit den wilden Magie. Äh, gerümpelt beseelt. Was, äh, den konnten wir aber zum Glück in Wien verbannen. Ähm. Oh, und von den, äh, Schatten und den, äh, und den Dornen will ich gar nicht, äh, erst anfangen. Jawohl, Asuria ist ein echtes Paradies. Hm, hm. Geh nicht weg. Hm. Äh, äh, kannst uns ja wegen all der Strudel sowieso nicht verlassen. Aber ich mache dir ein tolles Angebot. Äh, pick dir eines meiner patentierten Begrüßungspakete direkt in dein neues Haus. Und schau mal eine lustige Karte, auf der du alles und jeden finden kannst. Geh hin und schau dir dein neues Zuhause an. So, was haben wir hier? Entdecke und betritt dein neues Zuhause und öffne dein Begrüßungspaketchen. Glaub mir, es wird dir hier gefallen. Okay, äh, du hast eine Quellkarte erhalten. Äh, sehr schön. Ja, und da oben ist es und, ja, wir folgen natürlich. Hehe. So, okay. Äh, hast du ja gerade speichert, deswegen. Äh, okay. Die ganzen Sachen, die man suchen kann, äh, die mache ich später. So, äh, man scheint, die müssen, die Mieten zu schmücken. Äh, so, man braucht ja nicht extra mal Chat drücken. Ja, es gibt ja schon viele Anleitungen zu finden, die sammle ich jetzt nicht ein. So, das mache ich dann später. Äh, der Sommer kommt schneller als man denkt. Ja, das sind ja immer, äh, Standard. So, freut mich, dich zu sehen, Charles. Das wird ja, wenn man, ich gucke schneller als man denkt. Äh, so, was haben wir jetzt hier? Achso, die haben wir noch gar nicht. Okay. Hallo. Tü, tü, tü. So. Hi. Äh, äh, so, was ist das? Äh, so, was ist das? So. Hallöchen. So. Äh, wieder Sehnchen. Tag. So. So. Warte, ich hatte ja schon, ne? Äh, ich gehe jetzt mal nach oben. So. Bum, 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 bum. Wenn wir das Pilzchen nehmen, wiii. Die Pilze sind echt traumhaft. Ja, meine Güte. Ähm, soll ich auch die Post lesen? Willkommen in Lasoria. Äh, Tag 1, Frühling und Jahr 1. Äh, okay. Liebe Gefährtin in Spee. Wieso in Spee? Äh? Hm. Im Insel namens das so, äh? Am Bericht der Edelstein im Ozean funkelte diese dann wahr die Heimat vieler freundlicher und tüchtiger Seelen. Aber das Leben dort wurde immer beschwerlicher magisches Unheil. Er kam auf, die Berglichkeit verschwand und die Einheimischen wurden von ihren Freunden getrennt. Ich, Bürgermeister Merritt, äh, bin jedoch davon überzeugt, dass jemand wie du uns helfen kann, wie jemand, der Land, äh, bewirtschaften, auf, äh, Entdeckungsreise gehen und ein paar Abenteuer erleben möchte. Ähm, das, okay. Allein, um unsere Insel zu erreichen, muss man sich auf eine gefährliche Reise über stürmische Meere begeben. Äh, äh, aber, äh, mit etwas Mut kann man jede Gefahr überwinden. Möchtest du dich, äh, uns in Asurio anschließen? Merritt die Bürgermeisterin. Okay. Hm. Na gut, dann geh ich mal, da liegt schon mal, ich mische mal eine Anleitung. So. Äh, wieso steht da, dass ich die ganzen Werkzeuge schon habe? Die hab ich denn auch gar nicht. Ja, ich kann auch nicht in die Tasche, äh, warte mal. Äh, äh. Ne, Werkzeuge stehen keine da. Aber ich werde im Ladescreen angezeigt. Das ist nur ein Ladebildschirm. Ähm, so. Ja, Malzeit. So, ich hab meinen Rucksack, meinen Rucksack Inventar bekommen. Äh, auch kamen wir aber bereit zur Abgabe. Okay. Hab ich noch was bekommen, außer den Rucksack? Nein. Okay. Hm, hm. Ach, da ist sie ja. So, warte mal. Äh. Hier werden auch die angezeigt. Angst. Hab die noch gar nicht. Hm. So, Hallöchen. Hm. Azura kann sich glücklich schätzen, äh, dass du da bist. Äh, ja. Aufgabe einlösen. So. Hm. Was hältst du von deinem neuen Zuhause? Äh, das Begrüßungspaket ist nicht schlecht, was? Äh. Äh, äh. Wusste, dass du es lieben würdest. Azura, ähm, ist ein wunderbarer Ort. Zum Leben rausgesetzt. Du kommst mit, äh, magischen, äh, Dornen und, äh, ungewöhnlichen Wetterbedingungen. Klar. Gib dein Zuhause doch einen... Ach so, mit Namen muss ich noch. Einen Namen, um ihn, äh, 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 äh. Oh Gott. Heim. Nein. Okay. Ähm. So. Toll. Äh. Ach Gott. Das ist doch, ähm. So. Hm. Ja. Moin. Ähm. Mir fällt dies ein. So, gut. Ne, ist das nur Tinky. So. So. Du. Äh. Sieht man das sowieso nicht? Oder sieht man das hier? Ja, okay. Es hat. Bessere Tage gesehen. Und ich muss noch etwas, äh, geschubbt werden. Aber du, äh, hast. Einen Stuhl überliebt. Also sollte das hier ein Kinderspieler. Außerdem sollte es nicht allzu lange dauern, die Bude aufbauen und zu gehen. Schau dir denn, äh, dein eigenes Set brandneuer Werkzeuge an. Ah ja. Du wirst ein Set von Einsteiger Werkzeuge erhalten. So. Behalte immer deine Energie im Auge. So. Erzeugen kannst du alle möglichen Dinge erledigen. Äh, dass ich später in Zinders schmiede. Äh. Du wirst verbessern. Äh. Schwierige Aufgaben zu bewildern. Ja. Versuche Steine, äh, Baumstämme und Wildgras. Äh. Äh. Hauser umliegen. Und auch wildes Blattgemüse. Alles, was du so müsstest, dann darfst du verhalten. Okay. So. Pflanzenfasern ernten. Steine holen. Äh. So. Buchen stammen. Okay. Läpfelkohl. Ja moin. Äh. Okay. Na gut. Wenn es so ist, dann... So. Äh. Äh. Bäume musst du ja auch holen, ne? War das so? Aber bestimmt keine ganzen Bäume, weil es kostet Energie. Ähm. Dann muss ich gleich mal gucken. Äh. 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 Ist eh schon erledigt. Äh. Pflanzenfasern. Äh. 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 So. Zack, 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 zack. So. Pflanzenfasern sind schon erledigt. Ähm. Okay. Oh. Sammeln Level 2. Äh. So. Okay. So. Äh. So. Äh. Äh. Steine und äh. Frühkohl noch. So. Frühkohl haben wir auch noch einen. So. 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 Steine. Steine sind noch ein paar mehr. So. 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 Sehr schön. Sehr cool. Das ist erledigt. Äh. Und Steine sind auch erledigt. So. Jetzt kann ich anfangen die Anleitung mitzunehmen. Weil jetzt hab ich die Tasche. Ich hoffe nur, dass sie nicht in der Tasche landen muss. Das möchte ich gerne nur prüfen. Äh. So. Äh. So. Tontropp. Ne. Ist ja nur ein Rezept, was ich entdeckt habe. Das ist freigeschaltet. Okay. Das passt dann schon. So. Äh. Hallöchen. Ähm. 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 Kannst du dich schätzen, dass du da bist? Ja. Aufgabe einlösen. So. Äh. Gute gemacht. Ähm. Jetzt, wo du etwas Platz geschaffen hast, zeige ich dir, wie du nutzen kannst. Ähm. Um nutzige Sachen zu bekommen, musst du sie selbst bauen. Keine Sorge. Äh. Das ist kinderleicht. Ganz alle möglichen Dinge, äh. Drinnen und draußen bauen. Äh. Sammle einfach die Rohstoffe. Und fange anfangen an zu bauen. Wenn du nicht weißt, äh, welche Materialien du brauchst. Äh. Schau einfach. Äh. Ich habe dir... doch einmal noch erzählt, oder? Äh. Ist wie ein Ratgeber für... So, ja. Ähm. Den du ausfüllst. Ist das nicht lustig? Hier. Äh. Zurück zum Bau. Versuche erst einmal ein praktisches Möbelstück, äh, im Inneren zu bauen. Äh. Kriegst du einen Dreh am schnellsten raus. So. Bau einen runden... Ja. Gut. Gewähten Hocker. So. Den hier mal rein. So. Okay. Ähm. So. Dann zeig mal. Baukatalog. Da ist er ja. Ähm. So. Und er kostet 10 Pflanzenfasern. Okay. So. Warte mal. Dann kommst du mal... Ja. Dann kommst du da hin. Sehr schön. Du gibst Energie wieder. Äh. Okay. Äh. Sagen wir mal. Ja. Äh. Äh. Ist die Wertigkeitstufe 0 noch, oder ist die Stufe 1? Tja. Das ist eine gute Frage. Warte 0 ist eine 1. Deswegen. Oder muss man haustür 1 kommen? Ähm. Das ist das, was mich hat. Fragentur. Na? Aber ich baue noch einen. So. Ähm. So. Ich weiß nicht, ob das zählen tut. Eins. Ich hab da noch eingebaut. Ach. Man kann die doppelt hinstellen. Das zählt gar nicht. Wow. Ja. Mehr kann ich da nicht hinstellen. Ne. Solche Sachen hab ich nicht. Okay. Okay. Hm. So. Hallöchen. BlackBallies. Ja. Es ist total toll vorbei. Keine Ahnung. Ein bisschen mal nachgucken. So. Nochmals. Vielen Dank, dass du nach Azurie. Ja. Ich kenn mich schon. Danke. Hm. Es wurden leider noch nicht gefixt. Es sind immer dieselben Texte. Ja. Ähm. Du scheinst ein wahres Tuteln zu sein. Ich bin wirklich beeindruckt. Hm. Du kannst dekorative Gegenstände für drinnen und draußen bauen. Äh. Wie du deinen Bauernhof einrichtest. Äh. Und so dass du. Ja. Du bist für draußen. Kriegt man keine Wartigkeitspunkte. Ne? Übrigens. Deine Briefkasten haben wir schon für dich. Äh. Ja. Ich weiß. Meist. Herr Postbote stellt deine Briefe und Pakete jeden Morgen zu. Ähm. So. Ich weiß, was du als nächstes bauen solltest. Ein, äh. Kochfeuer. Mit dem Kochfeuer auf, äh. Dein Bauernhof kannst du am einfachsten gekochten Mahlzeiten zaubern. Und du willst, äh. Wenn du willst, kannst du, äh. Ja später ein, äh. Das Gerät zulegen. Auf deinem Kochfeuer kannst du alles mögliche zubereiten. Hier in der Gegend wächst beispielsweise wildes Blattgemüse. Und, ähm. Und, ähm. Unterm Strand findest du Meismushin. Und darauf etwas zu kochen. So. Warte mal. Kochfeuer platziere es. Blablabla. Ähm. So. Und bereite etwas, äh. Mal auf den Kochfeuer zusammeln. Okay. Dann, ähm. Ja. Achso. Ist ja hier schön vollgestrahlt. Machen wir mal das Techno noch eine Anleitung. Ein, äh. Jute Teppich. Okay. So. Oh. Schmirti. Ich habe immer noch keinen. Das habe ich noch nicht ausgebuddelt hier. Aber ich muss aufpassen gegen meine Energie. Ich muss noch ein bisschen. Gibt es noch mehr? Oder habe ich keine mehr jetzt hier? Äh. Vom Salat. Ähm. So. Äh. So. Den gibt es nicht mehr. Nur so ein paar Stücke oder was? Na toll. Ah. Da ist noch einer. So. Rühkohl. Also. Dann brauchen wir ja ein bisschen mehr. Ne? Oh. Okay. Schwarzbärchen. Hm. So. Lass mal ganz kurz gucken. Spaß bei den kann man auch drauf machen. Das weiß ich. Äh. Ja. Für Kohl bringt er halt ein bisschen. Ja. Ja. Ja gut. Okay. Dann lassen wir mal gucken, was das kosten tut. Zehn Steine. Ja. Nett. So. Warte mal. Wo stelle ich den jetzt hin? Äh. Dann stelle ich den jetzt erstmal hier oben hin. So. Okay. Hm. So. So. Mache ich mal einen rein. So. So. Mache ich mal einen rein. So. 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 Dankeschön. So. So. Warme. Warme. Beeren. Ja. Das ist doch. So. Irgendwie sind sieben. Gekocht. Also. Warum der 660? Der Rest nicht ey. Oh. Ne. Äh. Verschieben. Ich bin gar nichts. Gut. Ich bin gar nichts. Es geht mal schnell hin. Oh. Ich darf da noch nicht ran ran. Okay. Hm. So. Schön, dass du da bist. Äh. Äh. Lass mal sehen was du gekocht hast. Äh. So. Äh. Im Kochbeier kannst du nach Nuss und Laune rösten und braten. Äh. Hausmannkost schmeckt immer am besten. Gekochtes Essen liefert dir mehr Energie als Rohkost und bringt auf dem Markt auch mehr Geld ein. So. So. Probiere verschiedene Rohrzutaten aus. Schau zu wie daraus. Äh. Schmuckhafte Dackereien werden. Experimentiere herum und sei kreativ. Hm. Über Landwirtschaft beibringen. Jetzt sofort. Machen wir es ähm. Und spielen wir mit dem Samen und Boden. Okay. Hm. Ach. Da brauche ich gerade ran. Ging ja nicht. Bodenbeete. So. Äh. Frühstück genießen können. Hoffentlich so weiser wirst du. Hm. Äh. Ist ein. Ja. Mir später danken. Ja. So. Dann lassen wir uns das mal sehen. Mal hier rein schauen. So. Was haben wir da. Äh. Das ist bestimmt Schlupf. Ne. Ja. Schlupfi. Und Sand. Und dann haben wir neun mal Rübensamen. Und noch neun mal die Stimme. Äh. So. Okay. Okay. Alles mal drüber. So. Okay. Äh. Beete. Ja toll. Jetzt habe ich aber nicht so viel Platz, dass ich Beete bauen kann. Verdammte Mist. Kacke. Hm. Hm. Na hier unten könnte ich noch ein kleines anfangen. Okay. Bleib doch mal in dem äh. So. Nein. Äh. So. So. Wieso ist der jetzt weg? So. Ich wollte grad meinen. Äh. So. Da gehst du noch. So. Eins. Zwei. Ähm. Drei. Äh. So. Ähm. So. Ähm. Nur ein Stück. Ähm. Ja. Dann nehmen wir dann mal. So. So. Und äh. Gießen. 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 Ehm. Äh, bescheidene Anfänger. So, gute Arbeit. Äh, weit werden deine Felder, äh, vor lauter Fettfrüchten nur zu spießen. Was für ein Zungenbecher. Ja. Vergiss aber nicht, deine Samen zu gießen. Hab ich schon gemacht? Äh, sieh, genug Wasser bekommen. Bei Regen kannst du aber gerne einen Tag austauschen. Ich hoffe, du kümmerst dich weiterhin um deine Felder. Ähm, wie sagen die Bauern, äh, doch so schön. Keine Ahnung, äh, wie man den Acker bestellt, so trägt er. Keine Ahnung, richtig. Ähm, hast schon so viel geleistet, um deinen Bauernhof auf Bordermann zu kriegen. Ich werde dir, äh, besperrliche Reise, äh, hast du inzwischen vergessen. Äh, du solltest deine Nachbarn kennenlernen. Vermutlich hat er sich schon herumgesprungen, dass du hier bist. Wir sind, äh, äh, eine kleine Stadt. Weißt du? Äh, du solltest bei Eddie, dem Seemann, vorbeischauen. Er hält sich wahrscheinlich in der Nähe, also wie es raus ist. Ähm, verweibacht auf. Ähm, er hat bestimmt, äh, die eine oder andere Fischgerichte-Aflage. Hilfe. Wie war das? Ich könnte Ruhe gebrauchen und dann gleich zum nächsten. Äh, so, das ist echt lächerlich. Ähm, achso, werde ich ja gleich eingezahlt. Wieso geht das? Automatisch zu. Okay, ähm, so, dann lassen wir mal durch. Wubbum. Ich habe noch keinen Cash am Mankert. Ich möchte hier auch ein bisschen durchsammeln, alles. Äh, aber ich habe auch keinen Platz. So. Ah, Blumi? So. Äh, okay. So. Ah, mit dem Eisenzaun. So. Bambam, Bambam. Hm, Scheiße, ich muss runter. Ja, ich gehe schon. Der Tee ist noch gar nicht da. Der ist da. Ich habe nichts gesagt. Ich brauche mal eine Energie, was ich auch will bewahren. Wow, ich würde es am liebsten alles sammeln wollen, aber es kostet bestimmt Energie. Kostet es Energie eigentlich, dass ein Sammeln habe ich jetzt nicht so aufgeachtet. Nee, es kostet keine Energie. Dann sammle ich die paar Sachen mal. Ein bisschen Platz habe ich ja noch. Das sollte in Ordnung gehen. Hoffe ich zumindest. So. Ich weiß, ich habe auch zum Kochen benutzt, aber am Anfang muss man sehr viel verkaufen. Ich sage, man braucht halt Geld. Hallöchen. So. Ich habe jetzt einen Tumwisch gefangen. Kann ich das nicht leisten. So, schön, dich zu sehen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Ich bin Eddie, der alte Siebär. So, ich habe gehört, dass du jetzt einen kleinen Bauernhof bewirtschaftest. Das nehme ich dir nicht übel, auch wenn Fischer und Bauern nicht viel Gemeisung haben. Darin machst du das lehne Sinn. Okay. So, mich ein paar... Ich... Ja. So. Ja, fangen an den Fisch, egal ob es Salzwächer oder Flüschfülle ist. Sie gehören mir eine Angrote. Jo, danke. So. Halt deine Angrote gut fest und... So. 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 Schwimm mal nahe, dass die Maus und das Fische sind. So. Nicht mit Druck. Äh... So. Geangeln erzählen mir... Ja. Gut. Äh... Ich hasse das Angeln hier. Äh... Das hasse ich zutiefst. Tintenverschwarze, ne? Ist das super. Äh... Ich hasse das echt zutiefst. Mega. 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 So. Okay. Ich kann es mal probieren. Äh... Es ist nicht so mein Ding. Es ist äh... Zu schwer für mich. So. Die Schnur kommt nicht so weit. Aber gut. Da dreht sich ja. Oh Gott. Ja. Toll. Jetzt hat es wieder an. Das kuchen die da wieder nicht. Äh... So. Okay. Ja. Eigentlich drück ich zum Beispiel auf den Knopf und dann geht es nicht. Ja. Äh... Okay. Ich weiß nicht warum ich jetzt hier weggerutscht bin wie eine Kartoffel um die Ecke. So. Ja. Ja. Ach nein. Das war... Kommt der noch an hier noch oder? Nicht mehr. Ach. Ähm. Ich muss doch immer zweimal drücken wenn es rot ist. Sonst lässt es nicht los. So. Äh... So. Oh. Muss man die Angle wegpacken, sonst kann man nicht reden. Äh... 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 Was ist denn? Äh... Weil ich schaffe es auch nicht einen Fisch zu angeln. Wie heißt denn der? Äh... Äh... Winken tun, die wenn es schwer. Äh... 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 Angeln kann. Aber irgendwie... Weiß ich nicht. Funktioniert das aber nicht. So. Äh... 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 Mehl. Okay. Der ist da oben. Okay. Ich muss aber jetzt erstmal pausieren. Da auf dem Dach ist da was. Äh... Äh... Da hinten ist auch noch was. Oh Gott. Okay. Versuche ihn mal nochmal zu kriegen. So. Äh... Bambusteppich. So. Ja. Guck mal. Ja, ja, ja. So. Okay. Ich muss irgendwie Land kriegen. So. Okay. Ha. Hab trockte Füße. Okay. Äh... Achso. Ich vergebe noch keine Zeit. Also. Okay. Sehr schön. Dann machen wir kurz Pause und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also. Bis dahin. Ciao, ciao.